Ja, hallo meine Lieben. Heute ist der erste Tag bei den Adventskalender-Gewinnspielen schon fast rum. Was haben wir? 22 Uhr gerade gewesen. Ich habe heute bis jetzt ungefähr an die 300 Gewinnspiele gemacht, also nicht besonders viel. Ich habe noch bei meiner Nachbarin den Schnee weggeschippt. Und hier seht ihr mal, wie es jetzt hier bei mir aussieht. Ich habe zwei Monitore und hier mache ich ein bisschen Sport nebenbei, damit ich nicht nur den ganzen Tag hier rumhocke. Genau, also ein bisschen mache ich noch weiter, habe noch ein paar Gewinnspiele auf Facebook gefunden und euch weiterhin alles Gute und bis morgen. Da denke ich, sehen wir uns wieder. Macht's gut. Ciao.